Guten Morgen, Youtubers! Samstagmorgen! Was läuft da beim Bauer Hause? Ja, ich habe mich da entschlossen, ich werde da in mein Holzschnitzellager, das im Moment leer ist. Stable ich da provisorisch für kurze Zeit meine Rundballen, damit ich die nicht alle auf die Bühne raufnehmen muss. Das braucht ziemlich viel Zeit, Wohnzeit habe ich nicht. Die müssten ja nachher da rauf, dort reingeladen werden, in die Bühne rein. Also, sollte schnell gehen, weil heute Nachmittag möchte ich an ein grosses Bett treffen, in Saugendried. Das ist in der Nähe von Erzigen. Dort wird das allererste Mal in der Schweiz der neue 1000 Fans zu sehen sein. Und ich werde da mit meinem Freihelfer auch erscheinen. Ich brauche aber noch vielleicht mindestens eine Stunde zum Reinigen. Darum sollten da die Ballen rein. Und nach 15 Uhr möchte ich eben wann dann in dem Saugendried sein, mit dem Fendt und einem Vierbringer. Übrigens habe ich mir da wieder etwas ausgelehnt. Eine Frontkabel. Da kann ich da zwei Ballen unter einem Mal nach Hause nehmen. Bis zum nächsten Mal. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018